Herzlich willkommen bei den Timezone News heute von hinter dem roten Sofa. Wir drehen heute die aufwendigste Timezone News Folge aller Zeiten, denn ich habe ein riesen Team am Start. Kommt mal ran! Euch präsentiert nämlich heute das gesamte Timezone Team, unsere neueste Musik. Hoch die Tassen! Hier ganz zu eurer Linken habt ihr Veep K mit dem neuesten Album vom Jerry G Orchestra, The Way of Life. Holly trägt das Modell Hartmut. Hartmut Rissmann, meine Bücher, meine Lieder. Assi hat Into the Opposite von The Traveling Stone in der Hand. Jerry hält hier X vom Floris-Capan-Trio hoch. Und Niki hat Allure, das neue Album von Anna Lehmann, in der Hand. Das war's. Bis nächste Woche. Ihr hört rein. Euer Danny. Hey! Hey! Amen.